Ich bin 742 Millionen Menschen. Ich bin Goethe, Schiller, Shakespeare, Dante, Mulgier. Ich bin der Fitz of Wales und seine Prinzessin. Ich bin all das, wonach du dich sehnst. Ja, diese Attentäter, waren auch alles junge Männer. Waren alle in Behandlung. Bei wem denn? Die sind doch alle sexuell total ausgehungert. Mann, ich will mich hier als Frau einfach frei bewegen können. Ja, wir üben Gewalt aus. Aber das machen wir an. Ich will, dass wir uns nicht von euch aus dem Konzept bringen. Diese Welt ist gefährlich und... I am scared. Ich habe Angst. Wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen billige Arbeitskräfte und wir nehmen uns das, was wir brauchen. Bitte, 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 geht. Wir wollen die Kontrolle über uns und unser Leben zurück. Ich glaube, ich muss diesen ganzen Wutbürgern einfach mehr Liebe geben. Ich darf mich nicht mehr unentwegt erregen lassen. Das beruhigt direkt. Und dann junge Männer, die auf der Straße um sich schießen. Ich habe nach Auschwitz mit dem Pakt gebrüllt. Volksherrschaft. Geh doch wählen, du Arschloch. Dieses Aufnahmetranskriptionsgerät, meine Autofiktionsmaschine, dieses ultimative Real-Taggier in Echtzeit. Wir haben hier Weizenmischbrot. Weizen-Roggenschrotbrot. Weizen-Roggenschrot, Toastbrot. Weizenbrot, Vierkornbrot, Fünfkornbrot. Roggenmisch-Toastbrot. Roggenmischbrot, Roggenmischbrot, Kassenteilbrot, 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 Kassenteilbrot. Kassenteilbrot, Kassenteilbrot, Kassenteilbrot. Kassenteilbrot.